Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Life is Strange. Ja, im letzten Part haben wir diesen Freak mit der Knarre angeschissen und sind dann raus auf den Vorhof oder beziehungsweise den Campus unserer Schule und wir haben mit Oprah gesprochen. Ja, mit Oprah. Wir haben die Petition für die unterzeichnet und dann haben wir... Ja, whatever. Dann haben wir eine Mail bekommen von Warren, dass wir ihm doch wieder seinen USB-Stick wiederbringen sollen und das müssten wir jetzt tun. Aber ich denke, ich schau mich erst mal um und was geht mit ihr? Was? Oh yeah, natürlich. Der Schwarze hier, er hat seine beiden Bitches da. Er chillt einfach so ein bisschen auf dem Rasen. There's Hayden in his Vortex Club Herod. He sure is living the dream. Oh yeah, living the dream. Hey Hayden. There she is. The retro Selfie Master. That's me, alright. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Aha. Was ist denn der Vortex Club? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Aha. Hmm. Klingt irgendwie fishy. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Haha. Ja, ich sag's grad, sie. She lacks, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about party with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Back who? Wer denn? Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's Voodoo Doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Aha. Wenn du das sagst, dann, äh, wird das schon so sein. Aber ich, äh, denke trotzdem, der ist gefährlich, der Junge. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but, don't we all? I don't know yet, Hayden. Äh, Rachel Green. So, you knew Rachel Amber? I knew she liked the party. Ha, 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 ha. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Oof. Um... What do you mean to say yes? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Hm. What do you think happened to her? Um... Uh... Whatever happens to people who disappear without a trace? Um... They... Let's just admit Victoria. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel. Even if she didn't act like it. Let's talk later, Hayden. Hi, Max. Now... I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay, ich denke mal, der möchte mich und Dana irgendwie so ein bisschen gangbang. Deswegen halte ich mich ein bisschen von ihm fern und... Wow, ist das... ist das ein Eichhörnchen? Hallo Eichhörnchen! Kann ich ein Foto von ihm machen, Eichhörnchen? Irgendwie? Vielleicht in eine andere Position? Nein? Okay. Was geht mit ihr hier? Sie hämmert die blöd auf ihrem Tablet rum. Ah, sie steuert diesen Gyrocopter. Okay. Ist er hier irgendwo? Ich sehe ihn gerade nicht. Fragen wir sie mal, ne? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Uh, you read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Wow, was bist du für eine eingewählte Bitch? I'm almost sure Warren has the same Bag. It looks a bit nerdy though. Ich könnte natürlich auch ihren Rucksack in der Öffentlichkeit einfach mal durchwühlen. Aber nein, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Das wäre dann ein bisschen zu strange. Komische Statue. Ich glaube, ich kann ein Foto davon machen. Ja, genau. Jetzt habe ich hier so ein weiteres Foto. Wieso kann ich die Münze nicht mitnehmen? Einfach alle in Münzen aus dem Brunnen rausgammeln. Wie assi ist das denn? Ja. 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 Und wir werden dir natürlich dabei helfen, das herauszufinden, Max. Und ähm. Kommt jetzt noch irgendwas? Ah, okay. Wow, da ist schon wieder ein Eichhörnchen. Hallo, Eichhörnchen. Hallo. Nein. Wieso darf ich denn kein Eichhörnchen fotografieren? Verdammt. Ich bin auch noch zwei Tussis. Okay. Nein, ist er nicht. Ich hasse ihn. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht sicher. Ich meine, er ist sicherlich ein Genie. Aber ich glaube nicht alles, was er sagt. Er ist ein bisschen pretentious. Aber er ist passionant und sagt, was er denkt. Wenn Victoria ihn nicht all über ihn wäre, würde ich definitiv machen. Okay. Victoria ist ziemlich offensichtlich. Ich glaube, Jefferson ist nicht zu ihr. Ich glaube, sie hat nicht geschlossen. Aber sie ist nicht der einzige Spieler. Jetzt, wie du das kennst? Du hast viel zu lernen hier, Blackwell. Rachel Amber absoluten hatte sex mit ihm. Du... Wait, what? Ich habe das von einer guten Sourcen. So... Du kennst Rachel? Nicht wirklich. Ich sah sie mit den anderen coolen Kindern, wie Victoria. Das ist nicht mein Kind. Aber ich habe verrückte Geschichte über Rachel. Okay. Okay. Ja, Rachel scheint ja... ... ganz schön viel rumgekommen zu sein. Ist das Phil Collins? Das ist so cool, dass Blackwell ein Show von Mr. Jefferson zu machen. Sieht trotzdem noch aus wie Phil Collins. Und da haben wir... ... Möchtegern, Tony Hawks. Das ist Justin und seine Skater Posse. Sie sind so lustig, machen ihre Tricks. Was ist Thrash? Thrash? Du meinst Stage Diving oder... Oh, was ist er denn für ein Snob? Oh, der Skater-Snob. Aber wir haben ja was gelernt, deswegen reisen wir zurück und können ihn jetzt mit gefaktem Wissen überzeugen. Ah, okay, das war zu weit. Sehe ich gerade. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Check out the Max. I came to Nose Slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ich nehme den Slide. I'd love to see a Nose Slide. Let's get Trevor all over that action. Das war alles. Ja, ihr seid die total krassen Typen und es ist total verdient, dass ihr so ganz seid. Hey. You never really escaped Betty. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Okay. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats. Blue hair. Hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Okay, also ist diese blauhaarige Tussi in Verbindung mit LaRachel. I hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. I'm sure this poster has stopped millions of boys. Okay, also sind wir hier anscheinend falsch. Und das ist, wo die Otteren ihre aquatische Magie performen. Die Otter. Was für ein furchteinflößender Name. Oh, das ist nicht nett. Poor little Otter. Eww, gross. At least switch to E6. Ja, wäre wahrscheinlich günstiger und ansatzweise gesünder. Laufen wir mal in die andere Richtung. Wobei... Da liegt noch jemand auf dem Rasen. Hallo Person, die auf dem Rasen liegt. Okay, die Entwickler haben dir keine Gesprächsoption gegeben. Dann laufe ich mal weiter. Hast du welche? Ja, du hast welche. Ich denke, das Name ist Evin. Er ist immer so intensiv. Hey, Evin. Möchtest du, wenn ich dein cooles Portfolio ausgültere? Mal sehen, ob du es wertvoll bist, Max. Du musst eine einfache Frage stellen. Wer fotografiert den famous fallen Soldaten? Ah, ich hab keine Ahnung. Ich nehm mal den Robby. Robert Capa. Robert Capa, of course. Ich liebe sein Werk, aber in der Kontroversie über die Fotos. Oh, ja, ich hab richtig geraten. Das ist, warum ich hier bin. Du bist ein kindreder Spirit, Max. Wollt ihr für ein Perusal von meinem Portfolio? Es ist kein Privilege, den ich vielen heranbeite. Ich würde mich erheben, Herr. Okay, gucken wir uns das doch mal an. Diese Über-Pro-Fotos. Ja. Überzeugt mich jetzt nicht wirklich, aber wir sehen hier Bilder von Rachel. Die berüchtigte Rachel. Hm, okay. Die alte, die scheint ja überall gewesen zu sein hier. Hey, du siehst aus, als hättest du auch Dialog-Optionen. Zeige uns deine Dialog-Optionen. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Uh, hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people, like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You, you know him? Ah, nicht wirklich, ne? Not really. I've seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me. Ja, ich glaube, Gerüchte über den Typen mit der Knarre verbreiten, ist nicht so gut. Nope, he's just an entitled dick with a lot of money. Not my type. Somebody needs to take that prick down. Äh, ich drohe ihm jetzt mal besser nicht. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Man, Alter, hier an der Schule sind ja echt alles nur Spastis. Das gibt's doch nicht. Warum ist er so arrogant? Ich hab doch bisher außer der Oprah-Lehrerin noch keine nette Person hier getroffen. Boah. Hallo, Daniel. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, um, ask you a question? Oh, was he believe me? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Okay. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Rachel Amber. Wieso rollt er das eher so komisch? So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people say she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Killed me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute muse. Der Typ is creepy. Okay, draw me like one of your French girls. Oh, that's a good posture. Cool. You're a good sign. I'm a good sign. Hey, guys. Why don't you bring here? I'm a good sign. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. ist. Ja, wahrscheinlich wichst der alte Typ sich darauf ein, oder was? Boah, ey. Reitel. Wups, falsche Tasse. Ich laufe jetzt mal lieber schnell vor diesen Triebtäter da weg. Und gehe zu meinem Dorm. Ach, hier kann ich gar nicht rein wieder. Ach, okay, das ist ja die Schule, also werden da wahrscheinlich nicht meine Unterkünfte direkt sein. Habe ich hier vielleicht eine Karte oder sowas? Ansatzweise, aber die hilft mir gerade nicht viel weiter. Ich könnte ja eigentlich mal eins von den Schildern lesen. Dormitories. Ja, okay. Das hätte mir früher auffallen können. Habe ich es mir mal wieder komplizierter gemacht, als es hätte sein müssen. Das scheint dann also hier rechts die Unterkunft zu sein, wo ich wohne. Und dort werden wir sicherlich auch ein paar sehr spannende Dinge erleben. Aber ich denke, das heben wir uns für den nächsten Teil des Let's Plays auf. Oh, dude! Ich weiß, ihr wollt schnell einen neuen Teil sehen, aber ich kann die Bats nicht zu lang machen. Ja, guckt auch beim nächsten Mal das Let's Play. Und für das jetzige Ansehen bedanke ich mich erstmal. Und Nein, natürlich nicht. Bitte unterbreche ich nicht, Max. Das ist sehr unhöflich. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ör. Tschö mit Ör. Vielen Dank.